Ich darfst du sehen. Okay, der Grund zwar noch mal, würde ich sagen. Ja. Hast du die ganzen Koffer hier? Ja, guck mal. Ich guck mal, die beiden Koffer, die hier dahinter waren. Die hier sind wieder leer, ne? Und dann konntest du die looten. Äh... Und der hier? Den konnte ich looten, da waren die Fackeln drin. Okay. Aber die hier waren leer. Achso, die konnte ich eigentlich looten. Äh... Weil ich die schon gelootet habe, wo du noch nicht da warst. Dann müsste ich in Zukunft warten, bis du da bist. Ich brauche hier schnell noch mal was rein. Äh... Die Herren von Aloe, bitte. Dankeschön. Okay, guten Nacht. Deine Zeit. Schlafen. Schlafen. So, äh... Schließen. Äh... Schlafen. Ja. Oh, sehr schön. Ich speichere jetzt noch mal schnell. So, ja. Okay. Dann... Auf geht's. Auf geht's. Ja, guck mal. Lass mich mal kurz... Achso, hattest du mir... Kann... Oh, der Schnee ist endlich weg. Oh, Gott sei Dank. Ja. Äh... 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 Oh, mein Halb ist in den Haarfeld. Jetzt kommt's. Oh, trinken. So... Okay. Du gehst vor, ich komm nach. Ja, warte, warte mal. Ey, lass mich mal kurz mal hier, äh... Weil hier... Hier drin liegen nämlich auch schon... Einen Haufen kleine Steine, gell? Wird ja doch kleine Steine? Ich hab ihn eigentlich... Nee, 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 nee. Äh... Die... Die liegen hier. Äh... Reg... Äh... Reg... Seh mal, ich... 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 Ich baut's grad mal hier, äh... Äh... Pfeile wie ein Weltmeister. Mh... Ich hab hier ein Steichen mehr. Pfeile aber insgesamt, wo waren die jetzt? Äh... Äh... Jetzt fehlen mir Steinchen. Wenn ich jetzt zum Invertag gucke, wo sind die Pfeile denn? Äh... Die... Äh... schwarzen koffer sind die oben im deckel hier oben hier im deckel lassen links sind scheinbar einmal armbrustbolzen 5 also in dem orangen koffer sind die armbrustbolzen im deckel und auch die kohlefaser pfeile und die stein pfeile also ich habe vier handraten den vogelhäuschen weggehauen säcke was braucht man für die bombe noch das hier noch oder zeitbombe zeitbombe also er so eine uhr braucht nur noch geld ja habe ich eigentlich schon oder habe ich zu wenig geld drin ich hatte zu wenig zu wenig geld münzen hätte ich 16 stück soll ich dir die geben da kannst du auch noch eine bombe wachsen lassen also zehn stück das sind die steinlinge hier ist das geld okay 3 4 5 6 7 also wie viel bomben kannst du bauen 22 dann also für zehn ja achte okay das klappt 1 2 3 4 5 das noch so ein draht eine leiterplatte und das war schon eine uhr dann c4 und geht das was schon mal ich habe jetzt können okay das war das letzte c4 also ich habe jetzt nur zwei bomben dann ist c4 aber auch ich habe ich noch fünf stück fünf stück noch also also aktuell habe ich vier handgranaten drei zeitbomben kann mir aber noch Geld wie also ich kann mir aber münzentechnisch nur eine weitere bombe bauen dann ok warte mal ich dann mache ich noch mal mollis und beim beim stopp dazu ja das ist sehr super ach so ich habe noch einen haufen mollis ok ne bitte nicht ist immer noch gefroren scheiße ja so wo da drüben im wald hinten hinter der mauer was ist das mit ding ja eben das ist wieder zum glibberwurm bist du hässlich meinst ob der ob ob das ding hier rüber kommt er hat er merken dann haben wir überhaupt ich will ich gar nicht will ich gar nicht wissen so wenn man nicht so lange ich hier kein ding gefunden habe kein kein wasser muss ich kurz mal hier limo nehmen also wir müssten mal welche hülle war das jetzt seit es müsste die sein ok also ich weiß wo es lang geht ok ich folge folge mir unerfällig ich nehme also was ich nehme mir mal mein bogen in die hand hier boge 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 dankeschön ich mich naja wer ist die stellung hier wenn du auf die karte schaust das ist praktisch jetzt hat raus zoomen und zwar das sieht man das auf also das bist du praktisch zudem 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 ich gerade lauf zu der höhle geradeaus ok ja immer nicht zuerst mal batterien collect mit der kiste gelootet dann war es für mich leer okay ist ja das ist ein kack hier ich muss hier mal nebenbei gleich wieder keine steine hier auf sammeln klipper bob ist hinter mir okay also ich sprüfte aber fließendes wasser also erstes mal was trinken hier und was ich auch machen muss ist klipper noch hinter uns genau weil das wollte ich jetzt mal kurz machen hier okay die hülle war das ja genau da ist jetzt ja da ist schon der erste krabbeler mann hier sowieso giftbeeren einsammeln kann also die halt hier so kann man vielleicht wieder gefeile machen ich weiß es nicht krabbeler hinter uns die krabbeler sind bei kitoris hier wie muss ja gehen muss man dann mal eine beere in die mitte hauen und vor allem nicht vielleicht auch wieder brandpfeile machen kann weil die sind eigentlich auch immer sehr effektiv gewesen die waren super besonders besonders gegen die rehe das fand ich immer so geil rehen brand schießen verfolgen und worten bis es umfällt hier ich nehme ich mal somit hier die sind ganz unten in der mitte und die hier sind jetzt die giftigen ich will das so krabbeler das ist einfach bloß doch wenn die höhle achten die höhle ist recht voll stimmt es wäre da oben das ist hinter mir her kam plötzlich her ich bin doch bloß kurz mal stehen geblieben und plötzlich ist die piste gehen auf dass sie ist die piste gedreht hinter mir wo sie meinen gps ding gps gut in die rechte muss man wenn steine also ich hätte ich hätte noch dinger mit er bedingten sollen hier federn scheiße ihr müsst man da wird man vielleicht die haben sowieso ein funkel heute weg vielleicht sogar noch weitere bauen weil er hier wegen hier wie ewig fehler und so ja ja man kann schon gut einsammeln dort also ein zweites mal kann man diese schleuder gar nicht sammeln das wird nicht leider aber nicht ist schon klar aber das katana oder so in der höhle das war ja auch jedes mal wieder torge so jetzt wir entspannen ich wollte noch ich wollte den stoff einsammeln was sind die ersten los ich bin unterwegs oder ich will ich doch wieder hoch können also du kommst hier zurück ach so ok wer hier wurde das licht ist zurück wieder hier beim licht ist sauerstoffflasche also hier zurück alles genau sobald das wasser geht schaltet das licht ein von dem tauchgerät ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube jetzt mal hier ein bisschen mit dem mit dem feuerzeug rum weil die pasche die pasche befrist hier halt leidet man dies war super aber frist die batterien weg und dann können wir hier keine bauern ja genau wir mussten jetzt auch dann gleich ja ist aber ist aber jetzt kein großer akt also warum genau kann ich nicht das hatte ich schon aber ich konnte gerade ich konnte gerade irgendwie nicht nach unten tauchen oxygen okay wir kommen wieder raus und da stehen gleich fünf leute wollt ihr mich verarschen weil weil scheiße wo wenn ich mal zu hauen hier scheiße so stein ja laboga weil diese wasser drin ich glaube dass er lasst ihn mal im wasser ich glaube der soft der soft ich glaube nicht alle oder ich bin zu weit im wasser drin okay ist tot eine kraschen überlegen lassen oder brauchen wir nicht wach scheiß drauf weil wir müssen jetzt auch hier ein feuer machen sorge ja bis zur rüstung welchen geld habe ich etwas an rüstung und wie man so ab und rüstung genau meine dinge ist auch schon weg hier alles mal hier ist meine mutanten rüstung habe ich noch was sogar mal das wäre vielleicht gar nicht neun millimeter moni ok jetzt hat jetzt hat die tech rüstung ausgezogen immer ich schmeiße mal hier mal kurz rein hier ja das ist eine gute idee also jetzt nicht erschrecken nicht erschrecken ich bin jetzt ja weil ich seit hier 100 prozent mutanten siehst du siehst du auch was ich sehe nichts als wenn ich schieße ich habe keine moni mehr so das ist keine schlechte idee genau schneide ich durchdicht durch so leider und einer liegt hier hinten noch ist noch ein pfeil ich konnte gerade er aus dem was ausschnitten hier geht nicht mehr die anderen dient im wasser alle erwischt haben ist noch ein pfeil also also die sind eh schon die sporen hier wir sollten vielleicht wieder auf bomben zurückgreifen ja ja gut geht noch also ich habe jetzt zumindest keine pfeile mehr also ich habe praktische gesammelt aber also es wird nicht viel werden kannst du kurz erwarten also ich hätte noch 23 federn ich hätte noch acht steine steinpfeile 20 kann ich die quatsch ich kann auch wechseln okay ich habe die 3d drucker pfeil jetzt kannst du mal ganz kurz noch ich leide ich leide also ja so voll scheiß okay meine ich bin irgendwann angekommen ja ja